den würd ich gerne erst mal wegnutzen lockt dann ungefähr zur Hälfte, wenn du fertig bist, bis das MP anfangen kann genau so, Aufnahme ich muss dann warten, bis das MP fertig ist, bis er zu lassen wie, bei dir ist einer am ATM? bei mir auch so, ihr habt alle unsere Goldtomaten mag euch nicht mehr den würd ich gerne ausnehmen, bevor wir starten ja, ich würd's auch mal ausprobieren das fällt dann auf der Aufnahme noch mit drauf hallo Aufnahme ach, ich hab gar nicht anmoderiert, ne? doch egal, hallo das war damit die offizielle Anmoderation ja, moin moin und willkommen zurück zu GTA Online total random gestartet wir rauben heute ein bisschen ja genau, Ausraubchallenge mit drei Leuten und einem im Heli also vier Leute so, und wir warten grad noch mal auf zwei Leute am ATM hier Alter, meiner braucht echt lange ja ohne Mist, wie kann man so lange am Geldautomaten rummehren meine, das sieht so ein bisschen aus so wie äh, was drück ich denn jetzt? naja, ich tu einfach mal nehm ich 5000 oder nehm ich gleich eine Million? nimm die Millionen! ganz ehrlich, ich hoffe ja, dass die wirklich mal so ein bisschen was dabei haben und nicht nur irgendwie so, weißt du, so was hatten wir das jetzt mal? 87 oder so, wow ich hatte 128 128, ja okay, aber das ist auch nicht sonderlich viel, dass ich sagen würde, das lohnt sich zu warten wenn er jetzt 1,5 oder ausspucken würde oder so alter, Leute, kannst du, kannst du jetzt mal bitte alter alter da kann ich ja nochmal in Ego Perspektive gehen und ihn angucken hau ihm auf die Pinnen drauf lalalala 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 das ist alles das ist alles meiner ist eingefroren da bewegt sich nicht mehr ich habe Angst vor dir ich möchte immer kurz rausgehen oder so oder weg von denen bin ja draußen meiner steht auch irgendwie ganz komisch da na gut, was soll es ich, äh hallo vielleicht hat er ja schon hallo kackt au was soll denn? sehr schön 23, wow lauf um die leise ja dann los geht's alles klar, ich fang an hui sag Bescheid, sobald du die Kasse leer hast dann fang ich mit meinem schon an jup, alles klar und so los, komm, hier gib die Knete her ja also ich 50% für die Abholgebühr verlange ist okay er kriegt dann 50% oh scheiße, ah ah jetzt wird's ganz so ein Chaos er hat die Kasse leer ja, entweder fängst schon an, oder? ja bin dabei komm schnell raus, weil ich glaub die fahren mich jetzt da gleich mit mir übernommen so, ich hab drei Sterne wow ja los raus mit dir ich bin schon unterwegs, wir fliegen groß wow und war ich gleich von mir dann weg? auch nicht so lang gut dann vorsicht wow 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 na das ist meine Landung haha schnell 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 okay go 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 gar nicht? geh 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 kannst du kannst du jetzt eigentlich schon anfangen müssen glaub ich hä? meiner ist nicht da äh das wird ein bisschen das ist nicht da? oh die haben jetzt zugespielt er steht hinten moment ich muss erst mal Panik? äh ja mal kurz ein bisschen Ausweichmanöver starten kann jemand nicht hier aufbauen? ne ich kann leider nicht ballern gerade ich hab kein Schussfeld ich bin noch am ausrauben äh bei mir sind Cops ganz viele ja bitte um schnelle Abholung ok als gar zurück zu Lilly ich bin vor mir ich bin vorm Laden Hilfe sterbe gleich ich bin gleich dort ich bin gleich dort ich bin gleich dort gleich nicht dort dann das war aber nicht gut ja ich hab nicht gedacht das ist plötzlich ich hab nicht gedacht das darf für die länger weil du meint hast die sind hinten im Laden oder so ja ich muss mich erst mal um den kümmern ok bis Glück dann entkommt hier erst mal oh ich hätte mir auch nicht sagen können dass von hier drinnen der Panzerfaust verwenden kann ach das kann man? ja also die ungelenkte aber bitte bitte jetzt nicht so dass der Helikopter drückt dann fliegt ihr erst mal weg und dann müssen wir das nochmal wiederholen der wollte hier eine Katastrophe ja mal gucken ob ich hier ein bisschen hier snipern kann ich mach das jetzt anders was heißt denn du machst das anders? ich glaube er will uns töten das ist eine gute Idee ja du Gott oh toll du hättest bei mir hier auch auf dem Dach landen können dann wäre ich locker drauf gekommen ah ok ja die Helis geht mir aber auch verdammt scheiße los ja vielleicht doch lieber ein Auto als eine Heli nehmen ja ja kannst du sonst ein paar Kuma oder sowas ja aussteigen und wegfallern ja oder so da kommt noch einer da kommt noch einer warte einen Moment da kommt zwei halleluja ok noch einer ja den kurz raus schon erledigt hast du? das war ein Kopfschuss für den Piloten ab dafür ab dafür rein steig bitte da kommt noch zwei ja äh oh fuck äh es hilft übrigens mittlerweile wieder auf den Heckrotor zu schießen wenn man Glück hat ne oh oh Swat 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 weg hier also ich verschwind jetzt tschüss äh tschüss ich äh renn dann mal das sind das sind wir zu viele Polizisten oh komm ja das war äh ok da hinten läuft noch ja was da haben wir sie verloren wie auch immer wir das geschafft haben flieg nicht zu weit raus ich glaub das hilft nicht ich glaub das hilft nicht ok die challenge haben wir schon mal verkackt was wird das wird das wird jetzt ein klassischer Standoff das ist echt du bist der schlechteste Fluchtwagenflieger der Welt nehm ich akzeptiert an ha 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 war immer nix aber der Helikopter ist auch so verdammt lahm wie zu sind die anderen sind nicht so wird man nicht los wo schnellst den der kommt doch von nein ja aber die anderen wird man nicht los ne so Tiroli wo 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 ich mach ein Lagerfeuer am Strand du machst ein Lagerfeuer wey mhm die ist ein bisschen ver... nice wey wo seid ihr denn eigentlich ha 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 interessant der qualmt doch schon wir brauchen einen neuen ja das die Frage ist im Ruf du doch mal so ach da hinten seid ihr oder wir machen es mit dem Fahrzeug so ist besser brenzordentlich also mit dir habe ich eindeutig Angst zu fliegen ich ja ich nehme gerne aber riskant ne das das ist nicht riskant das ist äh nebensmüde ich bin jetzt vom Auto abgeprallt komm wieder fallen alle ab warum fallen die ab die dahinter reinziehen das geht doch sehr schön äh ups es brennt wo soll ja nebensmüde ja sicher dass du bei ihm einsteigen möchtest Ja, vor allem doch nur ein bisschen. Ich habe für das Vertrauen. Ach, cool, was ist denn weg? Solange wie der Motor nicht ausfällt. Luchtfahrzeugoptimierung. Meinst du nicht... Meinst du nicht ein gepanzertes Vehikel ist besser, wenn es Türen hat? Ich weiß auch nicht warum. Ne, in das kann man schneller einsteigen. Achso. Wir lassen mal kurz die Cops da. Wir haben extra Düsenantrieb. Warum hatten wir eigentlich am Anfang 3 Sterne, dann machst du aber auch immer 2 Sterne, oder? Upsa. Ich musste meiner schießen, er hat mich bedroht. Achso, deswegen 3 Sterne, okay. Das war dann natürlich auch noch schlecht, weil wir ab 2, glaube ich, gibt es so keinen Hubschrauber. Bitte, ab 3 gibt es einen Hubschrauber. Ja genau, das war natürlich blöd, weil wenn es nur 2 gewesen wären, dann wäre ich genug Schrauber. Was machst du da eigentlich? Wo fliegst du hin? Ich weiß nicht, wo wollen wir das denn hin? Keine Ahnung, noch mal probieren. Es war unter 2 Fahrzeugen durch, yay. Ja, irgendwie meint ihr mit dem Panzerfahrzeug. Wir haben eins. Wir haben eins. Okay. Okay, ich komm mal. Komm mal eben runter. Also so ein halbes. Was? Ah, nicht da runter, nicht da runter! So. Intelligentes Frauenschimmer. Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht! Vorsicht, N.P. Der sprüht ein wenig Funken. Ein wenig? Warte mal, viel ist denn einer? Ja, ein wenig kommt da noch. Achso, du bist. Ach, die kommt hier einfach nicht hoch. Muss irgendwie auch so rum gehen. Wir kommen schon. Hab ich überhaupt ne Maske? Ähm, ja. Die kannst du aber gleich nur, nur draußen auswählen. Musst du kurz aussteigen. Was? Die Pizzitole, äh, die Waffe, mein ich. Meint er. Ne, ich hab keine Maske. Hast du noch keine Maske? Da müssen wir dir mal nicht aufsuchen. Ich hab noch nie einiges gefunden zum kaufen. Am Strand. Am Strand gibts die. Ja, fahren wir. Also fahr mal kurz hin. Wurzeln kurz hin. Wurzeln kurz hin. Also fahr mal jetzt erstmal Maske holen, ja? Ja. Masken holen. Kannst du ja ne Tüte mit nem Hunde, Hundeblick drauf kaufen. Eine Papiertüte. Ja. Eigentlich brauchst du irgendwas Weißes. Ja. Nein. Da war sehr zugig dein Auto. Entschuldigung. Entschuldigung. Alles zugunsten von schnellen Einstiegszeiten bei Überfällen. Tun mir leid. Voll in die Tankstelle. Was? Du kommst durch, dass das Auto da doch leichter wird. Ähm. Ich glaub wir wollen eigentlich Masken kaufen, ne? Da wärs ganz gut, wenn wir jetzt erstmal die Sterne loswerben. Ich hab außerdem den Motorradfahrer mit der Leuchtkugel getroffen. Euch kann man keine Läden ausrauben. Das ist echt ne Katastrophe. Haha. Mit dir kann man nicht Fluchtwagen fliegen. Hey. Fluchtwagen fliegen? Ja. Wenn das funktioniert, hättest du den Typen wieder geschossen. Was? Du meinst auch mal treten. Ich konnte ihn nicht mal schießen. Der hat fünf Kugeln abgekriegt und ins Herz und ist nicht gestorben. Das war bestimmt umschossen. Ach so. Die Typen immer. Warum nicht? Der wollte auf mich schießen. Entweder ich tot oder er tot. Mist. Warum geht das auf PC Version nicht? Scheiße. Die haben das gefixt. Wenn du rausfährst, nach rechts weiter. Also wenn du rausfährst, nach rechts weiter. Was? Jetzt bin ich verwirrt. Ich weiß nicht mehr wo lang. Jetzt links. Zum Tower. Ein Tower da hinten. Nicht Baum. Tower. Da geht doch Tower. Weiter, 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 weiter. Am Strand. Lang einfach. Da hinten, der Tower. Da hinten, der Tower. Gerade durch. Genau. Schnell. Links, links hin. Links, links, links. Jetzt rechts. Und da ist ein Tor am Explosivcontainer. Links. Links, 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 links. Nein. Okay. So geht's auch. Das ist wie eine Frau hier. Versteh das nicht. Hä? So, jetzt links. Ah, da hast du schon. Rein, weiter, fahr. Geht das auf? Nein, weiter. Nein. Rechts rum. Hier, links rum. Das war links rum, man. Ja, geht doch. Hier rein. Und wenn du dich hier hinterstellst. Zwischen die, äh, Holzstapeldinge oder was das eigentlich soll. Da finden sie einen nicht. Oh, ich bin so gut gefahnt. Und da finden sie einen nicht, oder wie? Aufsichtig nicht. Ich bin's los. Ich auch. Ich bin's auch los. Warte, der Chaos fehlt. Ich bin noch drin. Boah, du fährst wie eine Frau. Oh, Rückfestgang. Ja, aber hallo. Aber, äh. Aber, hallo. Aber, hallo. Aber, hallo, hallo. Dein Fahrzeug hat noch gar kein tolles Kennzeichen. Äh, ja. Das stimmt. Du musst die E-Frucht-App holen. Die hab ich doch. Die meisten meiner Fahrzeuge haben doch das Kennzeichen schon. Achso. Jetzt, okay. NPB, NP. So, wir warten. Da gibt's Masken. Ich wär auch ne Maske. Eigentlich müssen wir alle ne Papiertüte aufsetzen, ne? Ja, eigentlich schon. Papiertüte. Ich kann nämlich... Mit meinem aktuellen Outfit ist das nicht kompatibel. Was? Entweder weil ich die Maske auf habe oder keine Ahnung warum. Guck. Ja. Ja, ich seh's. Warte. Ich muss mich gleich noch drehen. Moment. Ja, genau. Die. Die. Die ist gut. Nö, ist nicht kompatibel mit meinem aktuellen Outfit. Hä? Ja, weil ich wahrscheinlich einen hohen Kragen habe. Zieh was anderes an. Zieh was anderes an. Zieh was anderes an. Ich will nix anderes anziehen. Doch, mach her, sonst schlag ich die K.O. Nein. Hör auf. Das hier, hier ganze T-Shirts. Hä? Hier links, T-Shirts. Da. Da kannst du auch welche, die du schon hast anziehen. Da liegt was totes rum. Na gut, dann zieh ich mir mal T-Shirts an. Ach, das zieht ihr auch noch drunter. Ah, deswegen. Ähm. Ich glaub bei Westen oder so. Nee. Das bin ich beim Fahrer. Lass mich nicht so hinten rein. Das weiß ich nicht. Das wollte ich einmal haben. Genau, jetzt auch. Da liegt was totes, guck mal. Okay. Er macht Yoga. Oh. Wie der da liegt. Das ist toll. Drüber. Da ist's ja voll der Schandfleck. Ja, wir müssen uns verstecken. Ja, so ist okay. War was? Hallo, Aufteilung. Warum haben sie die Maske auf? Ich habe auch die Papiertöte mit dem Monocle. Hi, Papa. Ich habe die Papiertöte mit dem Monocle. Ich habe das Hundegesicht. Was hast du? Nut? Tinkelfinger. Mit Tinkelfinger, okay. Hey, please kill me. Ach, please kill me. Okay, warte. Okay. Warte, können wir erledigen. Ach, damit die Polizei gleich weiß, wo sie hinschießen muss, ja? Yep. Ich bin ein einziger Profi hier, also. Hey. Achso. Wait, mal gucken. Kommentar. Accessoire. Matzke. Ra. Was für jetzt? Bereit? Ja. Das Monster. So, jetzt bitte keine Sterne holen. Sagt der, der gerade eine Leuchtrakete geschossen hat? Ich hab die nicht geschossen. Achso, du warst das. Achso. Boah, Volltreffer. Ui, jetzt gleich der erste Laden. Ja, wir sollten aber schon was nehmen, wo wir gut ausrauben können, ne? War das da hinten nicht? Waren die nicht wieder neu? Die haben ja gerade ausgeraubt. 1, 2, 3. Da sind alle drei wieder da. Sicher, dass die ausraubbar sind? Ja, weil wenn die auf der Karte wieder sind, sind die wieder ausraubbar. Ja, aber die haben ja so viel jetzt. Lass, lass doch einfach. Okay, na gut, dann nehmen wir den. Sind auch drei relativ nahe, die sind jetzt nicht so weit vom Fahren her weg. Mit dem Fahrzeug geht's auch. Also ich war das letzte, oder? Äh, ne, du machst als mittlerer, so wie ich's gerade ausgerootet habe. Okay. So, wer steigt hier? Soll ich hier? Das hier ist das letzte. Die Tanke? Warte, ich steig aus. Bis gleich. So, das wird das letzte. Und das erste machen wir da. Die DOS ist, ob die alte das hier auch rausraubt. Die steht genau vor der Tür. Hehe. Okay, also fang ich jetzt gleich an, ja? Ja. Puh, Leute. Puh, 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 puh. Vorher noch mal einen Schluck Osaf, ne, was? So nicht umzubringen, auch wenn er eine Waffe zieht. Ja, ich renne dann einfach raus. Wenn's geht. Wegen zwei Sterne. Boah, ich muss echt meine CPU hochwertakten, ey. Ich krieg schon wieder Nachladeprobleme hier. So merkwürdig. Sag mir einfach die Zeit, weil ich losgehen kann. Wie viel Prozent von deinem Videoram benutzt du? Also bei der Settings-Einstellung? Ähm. Du bist bei ihm nicht der Videoram. Ja. Das ist mehr, dass der CPU nicht hinterherkommt, die Texturen auf der Grafikkarte zu schaufeln. Für die Hälfte benutzt, dann hast du nämlich Probleme mit dem Nachladen ab und so. Ne, äh. Ne, äh. Ich hab äh. Ich hab mittlerweile schon gelesen, dass ganz viele gesagt haben, ja es ist scheißegal. Wenn du die Vorausnutzheit oder nicht. Dass das dann damit überhaupt nichts zu tun hat. Also, weil der die... Eh, das ist das Maximum, was er überlegen könnte. Was er aber nicht tut. Weil einer hat das mal ausgetestet. Weil der hat das auf 2 oder auf... Doch, auf 2,5 hochgeschaufelt und der braucht maximal 1,9. Bei ihm. So, warte mal. Jetzt mal hier erstmal... Gib mal bitte kein Geld, danke. Los, mach schon. Sag Bescheid, sobald er... Sobald du fast fertig bist, dann kann der Nächste schon mal... Ja. Der dürfte jetzt... Der dürfte jetzt gleich... Jetzt hat er das Geld rausgeworfen. Okay. Los, ich komme, ich komme. Der Nächste schon mal los. Gut. Ach komm. Rein da. Ich bin dabei. Hälfte habe ich. Das war mir vielleicht ein bisschen sehr zeitig angesagt. Fast fertig. Nee, dürfte passen. Alles Gott, die Tüte raus. Bin fertig. Okay, komm raus. Ja, Lilly, du kannst. Ich weiß gar nicht, was ich gekriegt habe. 1.800 habe ich gekriegt, glaube ich. Okay, fertig. Okay, Kameras. Wir sind da... Moment, linke... Rechte Seite einsteigen. Ja, ich sehe schon. Ja, alle drin. Wunderbar. Keine Ahnung, komm. Moment, ich setze einen Punkt. Ungefähr... Ist da... Ey, warum kann ich dich nicht setzen? Oh, warte, weil ich gerade noch gesetzt habe. Ich gehe mal kurz frei. Nein, 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 nein. Da. Geht so. Da links, links. Soll ich teilen mal mit euch allen 25%? Stimmt. Aber wie gehen das? Äh... Du gehst auf dein Inventar, auf Bargeld... Und... Bargeld aus dem ganzen Job, teilen wir rechts in die U-Bahn rein. Wir haben schon los. Wow. Das ging ja jetzt schnell. Das kannst du unten... Machen. Ah, okay. Das kannst du nicht platzieren. Ah, okay. Ups, sorry. Das ging ja jetzt echt gut, ne? Hm. Können wir noch ein paar Mal machen? Hm. So. Dein Auto sieht vorne irgendwie ziemlich schnittig aus. Haha. Komm jetzt. Komm jetzt. Komm jetzt. Weiß alles, okay. Gut. So, sollen wir die oben jetzt nochmal probieren? Wollen wir machen? Ja. Warum nicht? Die Papiertüten-Gang. Ja. Paper Toys, ey. Wie neblig das ist, ey. Paper Toys-Gang? Ne, Paper Toys, würd ich grad sagen. Paper, äh, Pap... Papierverbrecher. 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 P-pp-p-p-p-p-p. Hey Paper Toys. Keine Ahnung. Paper Toys. Uppsalab Ja, fast Der hat sich beleidigt Ich hab's gehört, ich hab's gesehen Ich hab's gelenkt Nee, nee, nee Ist schon wieder ganz schön neblig, oder? Ja, und ich dachte schon, das ist nur ich Weil ich die Sichtweite soweit drunter gedreht habe Nee Okay, wenn's wirklich so neblig ist, bin ich beruhigt Doch, sind doch keine dreckigen Brillen Gehst du Finkler kaufen? Dafür reicht zur Zeit das Geld leider nicht Ja, ist leider toll Boah, aua Das ist cooler So, äh Warte mal, woanders die? Ja Ich Du bist da, okay Passwort eingeben Einzahlung Wie keiner aussteigt Ich würde sagen, Chaos kann dann anfangen, sobald ich hinten bin Weil das Timing dürfte ziemlich genau passen, wieder zu dir vorzufahren Ja, musst du nur Bescheid sagen, wann Das ist übrigens total unauffällig, wenn ich hier mit einer Papiertüte über dem Kopf vor dem Laden stehe und den Ladenbesitzer schon durch die Tür angucke Okay, go, 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 go Kann ich? Okay Ja Hallo Ich möchte gerne deine Knöten haben Okay Gib mir deine Knöten Ich glaube, ich kann jetzt dann anfangen, ja Jetzt anfangen Geld ist draußen Okay Bami ist praktisch schon wieder rum Ich kann hier gar nichts mehr machen Bin da Ich kann nichts machen Wie, du kannst nichts machen? Geht nicht Er ist abgehauen Ich kann nicht mal die Kasse ausrauben Bami ist ins Röner anscheinend Ne, toll Aber das Geld Okay, go, 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 go Okay, Lilli, halt ich bereit, wir sammeln dich ein Das wäre eine gute Idee Ich kann jetzt gerne mal den Weg gehen Brauche ich eben hier hoch Wie der rechte Seite ansteigen Halleluja Hoch, was ist denn hier los? Wir sind da, wir sind da Ja, ist das schön? Ich kann nicht schießen Ich bin unterwegs Halleluja Scheiße Äh, Lilli Ich konnte nicht mal schießen Obwohl ich aus der Richtung rausgucke Wie bescheuert ist das denn? Na toll Also der Typ hatte noch nichts wie deiner Kasse No, so ein schwach Mat Aber bei dir haben wir plötzlich mal eine Million in den Kopf, ey Das ist ja voll Ja So, ihr habt alle noch mal ein bisschen Geld gekriegt Ja, mach ich auch Okay So, das ist voll cash Jetzt haben wir auf einmal drei Sterne Ja, das ist, wenn du, wenn du zu schnell einen Landerüberfall machst, da kriegst du auch Ah, okay Ah, okay Bei mir stand gerade was ganz tolles Der gemischt war Anladen hat geschlossen, weil er gerade überfallen wurde Wow Also ich weiß gar nicht warum, ich habe ja nichts bekommen Weiß ich, ja, ne Der hatte doch gar nichts Der nix Ich bin gut geschützt, ich lieg unten Ein Schwein Ich hab das perfekte Fluchtfahrzeug Ich nicht, was? Ja Geh weg, Kili Mal, was will denn der hier? Oh, da, es war zu eng Das war immer noch zu eng Das ist definitiv zu eng Ich fahre dann doch lieber hier außen rum Klingt irgendwie gar nicht verkehrt Na Hui, weg da Meine Fahrskills waren auch schon mal besser Ja, vor allem, weil du jetzt einen Controller benutzt Doch, wenn du die abnimmst Stimmt, ihr müsst die abnehmen und habt dann einen Stern weniger Nee, das geht nur, wenn du außerhalb der Sicht bist Ja, ja Wir sind aber leider immer die ganze Zeit in der Sicht Jetzt sind wir außerhalb Jetzt, jetzt, jetzt Jetzt könnt ihr schnell die Masken abnehmen Quasi absteigen, aussteigen, Masken abnehmen Nee, brauchst nicht mal aussteigen Nee, brauchst nicht Du kannst die auch so Echt? Ja, nur auf dem Motorrad nicht und auf dem Fahrrad Aber ich hab immer noch drei, also von daher Jetzt hab ich zwei Jetzt hab ich wieder drei Hm Ah, da muss jeder für sich selbst Ich glaub, da dürfen wir nicht gemeinsam am Auto sitzen Ja, das stimmt, das könnte sein Na egal, dann rein Na, dann nützt es jetzt nicht mehr Dann ist einfach nur der Schönheitshalber und Ja, jetzt sind wir ein bisschen Also wenn wir alle dann aussteigen würden, dann würde es gehen Ja Erst wieder einsteigen, sobald wir so los sind, aber okay Ich folge uns Wir sind da los Ach, da ist ja Ja Wirklich effektiv ist das aber nicht Ja Ja, nass Raum Was ist lustig Ja Ich glaube, ich würde sagen Ihr seid festgenommen Dann ist die, dann ist die, äh Folge aber damit jetzt auch mal beendet Ja Weil 31 Minuten und so Na, dann haben wir halt ein bisschen Läden ausgeraubt Ein bisschen Unsinn gemacht Vielen Dank fürs Zusehen Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Gittera Online Bis zum nächsten Mal Oh Tschüss